Ich bin froh, als es hier die Pause-Taste gibt, habe ich gerade so eine Art kohlensäure-heiliges Getränk getrunken und ihr könnt euch ja gerade denken, was gerade passiert ist. So konnte ich gerade auf Pause schalten, bevor es hier eine Ton-Explosion gibt. Okay. Ja, aber was soll ich hier machen? Warum ist diese Variante hier runterzukommen? Hier ist aktuell nichts. Nicht von Alien. Das Ding ist so was von nützlos. Hm. Ein Schrauber. Ein Drehmomentschrauber, wa? Äh. Okay. Blutpaket. Das ist auch okay. Das nehmen wir mal alles mit. Ja, hier sind noch Schränke. Und hier auch. Und da auch. So. Hier sind auch noch Metallkisten. Ich danke Zigaretten. Mann, das sind die billigsten Zigaretten, die hier bekommen aber quasi bloß geheilt sind. Zigaretten, die etwa 300 Jahre alt sind. Die müssen aber stark sein. Da war ich noch gar nicht dran. Gut. Das müssen wir hier noch nicht dran waren. Ich bin ja nicht mal überall dran. Aber da war ich noch nicht dran. Hier war ich auch nicht dran. Ähm, ja. So. Speichern. Metallkisten. Da. Polizei Knüppel. Ach, wie süß. Carpentine. Gut. Kann ich denn auch hier wieder raus? Ich stelle mich mal hier rein. Speichere. Mach ich ja nicht ohne Grund. Ich habe ja wahrscheinlich einige Sachen übersehen. Das letzte Mal. Also hier war ich definitiv noch nicht. Außer die Sachen spawnen hier komplett neu immer. Bier auch. Bier könnte ich jetzt auch trinken. Ah, hier wird mir echt im Käptnerraurer. Blechtdosig, wenn ich jetzt Aschenbecher mitnehmen. Man muss den Boden ja nicht dreckiger machen, als er schon ist. Aber vorher mach ich auch keine Unterschiede mehr. zu schießen. Kann ich auch gleich. Ja das finde ich. Danke. Hier mal andere schnappen. ich glaube hier war schon mal gewesen aber ich war ja noch nicht ich bin jetzt nicht wieder schrauber die geben wir an ihr kaputt ok gut ok haben wir dann alles mitgenommen befinden sich die Schwester zu gehen die Missionen hören ja irgendwie nicht auf war ich mach die mal nackig vielleicht hat ja ich habe mir einen Schlüssel dabei gesehen war das in der frischen Nacht auch das neue Kisten Mikrofussion da war ich im Kranne gewesen die Dinger sind auch alle leer mit Teigkiste das Ding ist auch leer was ist denn das hier erfordere ich ein Schlüssel zentral warte mal kann nicht gehackt werden hier wird ein Schlüssel benötigt irgendwie heißt es ein Schlüssel da ist auch alles leer hier ist noch eine Truhe er hat die ganze Munition die man hier findet die ist echt hardcore achja der braucht eine Brille weil er nicht sehen kann wo komme ich denn hier alles lang die Dinger sind die Dinger sind leer da hat man mit Teigkiste ich kann ich nicht überladen unterstützung gebärt ok da ist er nicht mehr ist hier nicht alles mitnehmen auch hier unten in der kiste da hinten ist bestimmt war ich auch noch nicht gewesen genau hier war ich noch nicht und wenn die show erforderliche schlösser erforderlich der schlösser vor dem ich meine hat hier niemand mit schlösser für mich keiner hatte schlüsse doch man das aber ungefähr mir gegenüber bräuchte schlüsse weil ich würde gerne hier alle türen öffnen ich bin sowas von neugierig so hatte ich noch nicht gesehen wusste ich doch dass ich da noch nicht drinnen war und da war ich auch noch nicht dran oder drinnen oder draußen ich bin hier gelandet ja hier war ich schon mal